Wir stehen auf geraden Beinen, die Füße auf Schulterbreite. Mit abgewinkelten Händen wechselseitig die Arme in kleinen Bewegungen wie bei einer Strickleiter nach oben strecken. Bei aufrechtem Oberkörper zeigen die Handteller nach oben. Starke Oberkörperschwankungen vermeiden. Auf eine gleichmäßige Atmung achten. Die Übung wird 10 Mal in die linke Seite und 10 Mal in die rechte Seite wiederholt. Die Füße auf Schulterbreite. Arme hinter dem Rücken strecken und Hände falten. Hand die Nervflächen zeigen zum Körper. Brustkorb, Vorwölben und Kinn zurückhalten. Dehn um 20 Sekunden halten. Wiederholen der Übung noch einmal. 1 25 Minuten 0 Die Nervantes Wir stehen in einer breiten Grätsche, ein Bein im Knie gebeugt und nach vorne gerichtet, den Rumpf geradeaus, leicht nach vorne gebeugt. Wir gehen in die Hocke einmal auf das rechte, das andere Mal auf das linke Knie. Die Dehnung 20 Sekunden halten. Wiederholen wir diese Übung einmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017